hallo und herzlich willkommen bei aufklären tut noch mein name ist michael überscher in diesem video soll es wie im letzten video in aussicht gestellt um das thema vier ohren modell und sachebene gehen denn die sachebene ist eine der vier ebenen die wir laut vier ohren modell nutzen können um botschaften mit hilfe von nachrichten und aussagen zu übermitteln bevor ich auf das eigentliche thema dieses videos zu sprechen komme möchte ich noch zwei kurze hinweise loswerden zum einen ist auch dieses video teil einer videoreihe in der die einzelnen videos aufeinander aufbauen insofern ist es ratsam sich auch die beiden videos die schon veröffentlicht habe einzuschauen die verlinke die beiden dort oben und zum anderen möchte ich euch bitten meinen kanal zu abonnieren und würde es auch die glocke zu aktivieren ja wie gesagt das thema dieses videos ist die sachebene und wenn wir eine botschaft auf der sachebene übermitteln wollen dann spielen dabei grundsätzlich drei kriterien eine rolle und zwar ist bei botschaften auf der sachebene relevant ob diese wahr oder unwahr sind das heißt ob sie zutreffen oder nicht zutreffen zweitens geht es um die frage ob eine botschaft auf der sachebene relevant oder irrelevant ist man muss sich halt grundsätzlich mit der frage beschäftigen ob eine botschaft für das anstehende thema vom belang oder nicht vom belang ist und drittens geht es um die frage oder auch um die entscheidung ob eine botschaft hinlänglich oder unzureichend ist also sind die aus angeführten sachhinweise für das thema ausreichend oder muss vieles andere zusätzlich bedacht werden bezogen auf die sachebene ist meines erachtens das erste kriterium von besondere bedeutung denn wir sind halt eben darauf angewiesen wenn es darum geht sachverhalte zu übermitteln überprüfen zu können ob eine botschaft wahr oder nicht wahr ist im hinblick auf mein beispiel welches ich im letzten video genutzt habe komme ich auf diesen umstand noch einmal zurück nun möchte ich halt ein paar beispiele zeigen die eindeutig botschaften auf der sachebene sind botschaften auf der sachebene zu formulieren ist besonders dann relativ einfach wenn wir mit fragen konfrontiert werden mit denen unser gegenüber eine sache information einholen möchte wir können also zum beispiel die frage stellen welche farbe hat das auto und unser gegenüber kann antworten das auto ist grün eine solche aussage ist eine botschaft auf der sachebene weil wir überprüfen können ob das jeweilige auto tatsächlich grün ist oder eben eine andere farbe hat zum beispiel rot ist oder blau bezogen auf dieses auto ist die botschaft also richtig wir können auch folgende fragen stellen wie spät ist es oder welche farbe hat der wecker mögliche antworten können vollermaßen aussehen es ist fünf vor zwölf und der wecker ist rot und bezogen auf diesen wecker sind die beiden botschaften auf der sachebene also war der wecker ist in der tat rot und es ist fünf vor zwölf hier zeigt sich dass es bei botschaften auf der sachebene nicht immer um eigenschaften von gegenständen gehen muss sondern eben auch um umstände unserer lebensgestaltung beispielsweise eben die frage wie spät es ist wir können unseren partner oder unsere partnerin auf fragen wann ist dein termin beim zahnarzt und eine mögliche antwort auf diese frage könnte sein mein termin habe ich morgen früh um 11 uhr hier geht es also nicht um einen um eine eigenschaft eines gegenstandes sondern eben tatsächlich um unsere lebensgestaltung um ein umstand innerhalb unseres alltags hier eben um einen termin und auch hier mit dieser antwort mein termin habe ich morgen früh um 11 uhr senden wir eine qualifizierte botschaft auf der sachebene nun komme ich noch einmal zurück auf mein beispiel aus meinem letzten video und im besonderen komme ich zurück auf die teil aussage boah heute war ein anstrengender tag ich habe im letzten video gesagt dass es sich hierbei nicht um eine qualifizierte botschaft auf der sachebene handelt und es liegt daran dass wir nicht überprüfen können ob der tag tatsächlich anstrengend war dies mag für den ehemann im beispiel tatsächlich so gewesen sein es kann gleichzeitig eben sein dass der tag für die ehefrau nicht anstrengend war also handelt sich bei dieser teilnachricht auch nicht um eine botschaft auf der sachebene ich hoffe es ist nun relativ deutlich geworden wie botschaften auf der sachebene aussehen müssen also sie müssen definitiv überprüfbar sein es darf also keine kein anlass zur diskussion geben entweder eine aussage eine botschaft ist wahr oder sie ist nicht wahr dann kann es sich tatsächlich um eine nachricht auf der sachebene handeln wenn dir mein video gefallen hat freue ich mich über einen daumen hoch und selbstverständlich freut mich auch wenn du tatsächlich meinen kanal abonnierst dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video bis dahin